Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan. Heute kann ich nicht sagen in Dingelsbühl, weil wie ihr seht, so einen schönen See in Dingelsbühl haben wir nicht. Heute sind wir in Schweden. Das ist ein kleines Video von unterwegs. Wir sind im Urlaub, haben Betriebsferien, zwei Wochen und wir machen gerade eine Tour durch Schweden. Aktuell sind wir an Stockholm vorbeigefahren, so ungefähr 200 Kilometer nach Stockholm, an einem wunderschönen See. Also ich muss sagen, hier ist echt traumhaft schön. Wir haben einen wunderschönen Stellplatz, genau da hinten. Also echt traumhaft gut. Und ich möchte euch von hier aus ein kleines Update geben, was zum einen betrifft DBS Wassereinheit. Und was ich verbaut habe in meinem letzten Video, da ist ein kleiner Fehler passiert und den möchte ich auch mit dem Video korrigieren. Nämlich die Einbauposition von der UVC-Einheit, die musste nochmal geändert werden. Das kommt davon, wenn man alles schnell, schnell vor dem Urlaub macht und nicht anständig guckt. Aber natürlich habe ich das dementsprechend korrigiert und ich möchte euch zeigen, ganz wichtig, wie die Korrektur ausschaut. Was man beachten muss, wie es dann richtig ist. War eine klitzige Kleinigkeit, aber hat eine große Wirkung. Dann möchte ich euch einen dementsprechenden Solar-Update geben. Ich bin hier in Schweden unterwegs mit Solaranlage. Ihr wisst, welche Module. Und ich möchte euch dementsprechend zeigen, was der Ertrag ist, wie das Ganze hier in Schweden funktioniert, wie ich zufrieden bin. Und dann noch ein kleines Solar-Update bei uns auf dem Kanal über unseren Solartest. Ich habe die Daten noch ausgelesen, bevor wir losgefahren sind. Da mal ein kurzes Statement drüber ausfühle ich dann wieder, wenn wir zurück sind. Aber hier auch mal ein ganz kurzes Statement, beziehungsweise was denn dementsprechend jetzt Sache ist. Also, wenn euch die Punkte alle interessieren, dann bleibt dran. Ich würde mich tierisch freuen. Natürlich auch über einen kleinen Daumen hoch oder ein kleines Abo von euch und auch fleißig kommentieren. Und dann wird es richtig gut. Also, vielen Dank. Das ist ein Update aus Schweden. Wir stehen hier an einem wunderschönen Stellplatz und ich möchte euch ein kleines Update geben über einmal meine Wasseranlage DWDES, wo ich eingebaut habe. Teil 1 habe ich euch ja schon gezeigt. Das war das letzte Video und das verlinke ich auch hier nochmal. Warum ich das mache, ist einfach, weil natürlich viele Kommentare da waren, die auch gesagt haben, Mensch, ich bin gespannt über die Sinnhaftigkeit. Ist es das auch wert? Ist das Wasser okay? Und ich möchte einfach nach einer Woche, wo wir jetzt hier auf Tour sind, euch so ein bisschen mitnehmen und meine Erfahrungswerte mitteilen. Punkt 2. Ich möchte euch meine Erfahrungswerte mit meiner Solaranlage auf dem Dach mitteilen. Ich habe ja von WCS die Hochvoltmodule drauf. Ich habe 3x100 Watt Peak drauf und ich habe 3x130 Watt Peak drauf. Und da möchte ich euch mal ein paar Bilder einblenden, beziehungsweise ein paar Daten einblenden, inklusive Bilder. Also wir hatten teilweise natürlich Sonnenschein, perfekt. Ich hatte aber auch sehr bewölkte Situationen, wie auch jetzt aktuell es sehr bewölkt ist. Keine Sonne da. Aber da zeige ich euch, blende ich euch ein, wie das hier ausschaut und was dann dementsprechend die Erträge sind. Und da muss ich sagen, ist für mich die Diskussion, ob Hochvoltmodule sinnhaftig sind oder nicht sinnhaftig sind, eigentlich passé. Muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich kann nur sagen, ich hatte vorher 3x110 Watt von der Firma Büttner auf dem Dach. Und jetzt habe ich eben die Vergleiche mit 3x100, separater Kreis und 3x130. Sicherlich komplett darf man es nicht rechnen, weil man natürlich immer die 3 mit 3 vergleichen muss. Und ich kann jedenfalls euch nur mitteilen, also es ist ein Unterschied wie Taro Nacht. Und die Erträge hier bei diffusem Licht, wenn wirklich die Wolken hier dicht über das Wohnmobil ziehen, weil in Schweden, wisst ihr ja alle, ist das Wetter manchmal so ein bisschen durchwachsen, da ist schon echt phänomenaler Unterschied. Und zum dritten Punkt, ein kleines Update mit meinem Solartest hier vor Ort. Ich habe die Daten noch ausgelesen, bevor ich losgefahren bin und die werde ich euch hier nochmal gleich ein bisschen mitteilen und dementsprechend durchgehen. Jetzt fangen wir aber einfach mal kurz an mit dem Einblenden der Erträge, beziehungsweise wie die ganze Situation ausschaut, während der bewölkten Situation, während der Sonnensituation, was da alles so der Unterschied ist. Ja, hier haben wir jetzt nochmal den Einbau und ich muss hier nochmal eine kleine Korrektur vornehmen. Und zwar haben wir auch beim Einbau einen kleinen Fehler gemacht im ersten Teil, also im ersten Video. Und das ist auch der Grund, warum wir hier auch hier aus Schweden schon mal ein Update machen, um euch auch nochmal klar zu machen, wie der Einbau vonstatten geht. Nämlich ganz wichtig ist, wenn man diese UVC-Einheit montiert, dass die natürlich hochkant montiert wird. Drum steht auch hier extra oben und ich hatte sie am Anfang quer montiert und ich habe es dann nicht mehr gezeigt im ersten Video. Und drum auch hier nochmal die Korrektur. Also ganz wichtig von der Montage her ist, dass es hochkant montiert wird. Das Wasser fließt in dieser Richtung durch, also das kommt von unten, wird nach oben durchgezogen durch die Pumpe und darum ist ganz wichtig, um zu vermeiden, dass hier Luftblasen sich bilden und dann da drin hängen bleiben, weil die Luftblasen natürlich alle nach oben steigen und mit rausgehen. Sonst würde das Teil natürlich öfter mal Alarm schlagen und dementsprechend nicht mehr richtig funktionieren. Also funktionieren schon, aber man kriegt halt permanent ein rotes Signal, sprich einen Alarm. Also nochmal ganz, ganz wichtig, die Montageart. Das ist das Einzige, wo man wirklich darauf achten muss. Alles andere habe ich ja im ersten Teil schon mal erklärt, dass es hochkant montiert wird, damit sich hier keine Luftblasen innen drin bilden, am Röhrchen ablegen können und die UVC-Einheit bei der Bestrahlung stören, weil dann gibt es definitiv rotes Signal. Das heißt, es wird nicht richtig desinfiziert. Wenn wir jetzt nochmal angucken, wie es funktioniert, das heißt, ich drehe jetzt mal kurz das Wasser aus. Zack, blaues Licht leuchtet, wieder zu und blaues Licht geht wieder aus. Immer wenn das blaue Licht kommt, heißt es ist alles in Ordnung. Wasser wird sauber desinfiziert, wird immer gegen gemessen, ob die Bestrahlung auch dementsprechend passt und so wie Ablagerungen vom Wasser, Kalkablagerungen oder sonst was in dem Röhrchen wären, gibt es einen Signalton und ein rotes Licht dazu, damit man dann auch weiß, man muss entkalken, reinigen, damit entsprechend die UVC-Einheit wieder ihre Dienste tut. Ja, wie ist das gesamte Resümee? Dazu kommen wir gleich. Ja, das Gesamtresümee ist eigentlich richtig gut und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die Einheiten hier montiert habe. Wir befüllen uns hier zum Beispiel dieses, das ist von unserer Kaffeemaschine, mit dem leckeren Wasser, Trinkwasser, gefiltert, UVC-Einheit drüber gelaufen lassen und seitdem wir das machen, haben wir auch hier keine groben Ablagerungen mehr und es ist echt richtig clean. Also man kann das Wasser auch ohne Probleme trinken, auch das ist echt gut, es schmeckt, es ist kein Wasser, wo ich sage. Also man kann es, ich gehe mal runter zu euch, echt trinken und es ist sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, auch über die ablagerungsfreie Art, was hier dementsprechend rauskommt und man fühlt sich halt einfach dementsprechend safe. Von dem her gibt es eigentlich überhaupt nichts Negatives zu sagen vor der ganzen Geschichte und ich würde es jedenfalls auf alle Fälle wieder montieren, weil ich mir dadurch ganz einfach die ganz vielen Wasserschleppereien, also die Wasserflaschen, die ganzen Plastikflaschen einfach spar. Man muss vielleicht öfter mal nachtanken, da gibt es auch den Vorfilter dementsprechend dazu und dass man wieder Wasser an Bord hat, aber der entscheidende Faktor ist einfach, ich muss wesentlich weniger, also weniger, gar keine Plastikflaschen mehr mitschleppen. Ich produziere kein Plastikmüll mehr dadurch, dementsprechend muss ich auch das ganze Leergut nicht wieder mit heimschleppen, weil das ist natürlich ganz extrem hinderlich, weil Platz im Wohnmobil, wisst ihr, ist sowieso immer eng und genau die Thematik umgehe ich damit, denn mein Wasser kommt hier aus dem Wasserhahn. Und ich muss sagen, DBTES hat da ein ganz tolles System erfunden und es ist für mich jedenfalls hier jetzt eine Woche im Volleinsatz, im Dauereinsatz echt praktisch und ich möchte es mir hier nicht mehr wegdenken, weil es einfach nur von Vorteil ist, weil ich mir ganz viele Segmente spare, wie eben diese leeren Flaschen rumschleppen, die vollen Flaschen kaufen und so weiter, das ganze Theater habe ich nicht. Mit dem Wasser kochen wir, mit dem Wasser trinken wir Kaffee, mit dem Wasser putze ich mir meine Zähne ohne Probleme und macht richtig Spaß. Also muss ich sagen, ich bin begeistert von dem System. Wie ich es verbaut habe, schaut in Teil 1, da habe ich das Ganze ja schon mal intensiv gezeigt, wie mir das Ganze montiert, wie das Ganze eingebaut wird und ich wollte euch nur mal ein kurzes Statement dazugeben, ob die Sinnhaftigkeit sich das wirklich, ja, ob es sich rentiert. Ich sage, ja, das rentiert sich, weil es einfach wirklich eine Erleichterung ist. Einfach eine Erleichterung, ich muss nichts mehr rumschleppen, ich muss nichts mehr tun und das ist eigentlich schon echt genial, weil ich da viel mehr Platz, viel mehr Raum habe und dementsprechend etwas befreiter unterwegs bin. So, jetzt schauen wir mal, wie die Werte hier sind. Das ist der Solartest. Wir gucken ganz einfach mal die ganzen Thematiken durch. Im Einzelnen unten brauche ich es euch nicht immer wieder zeigen, weil das sind ja nur die Einzelwerte. Wichtig ist hier immer der Gesamtwert. Hier haben wir erzielt 22.220 Wattstunden. Hier haben wir 26.100. Das ist das 130 Wattmodul. Hier haben wir die Actifire, hat erzielt 24.130, jetzt kann ich schon gar nicht einmal die Zahlen lesen. Hier haben wir erzielt 23.110, das ist das Bittner Modul und das JWS Modul im gesamten 25.480. Letztlich muss ich nach wie vor sagen, ist natürlich das 130 Wattmodul vom WCS vorne dran. Auch bei der Situation, jetzt gehen wir hier mal durch, das ist ja der Wert Quadratmeter und Wattpeak pro Quadratmeter. Da haben wir 24.56, 24.92, 24.75. Also ihr seht schon, die liegen alle relativ dran, die drei. Wo natürlich nicht mehr weit dran liegen, das sind die zwei, die sind natürlich weg. Also da haben wir natürlich, beim JWS verlieren wir natürlich, weil das riesengroß ist, das Modul. Somit kackt das hier natürlich gewaltig ab. Genauso das Bittner Modul, das ist sowieso in der Leistung natürlich sehr, ja, sage ich jetzt mal, nicht wirklich so prickelnd. Und da sieht man auch hier, wie das natürlich hier verliert. Also das sind die drei Module, also das ist einmal die SunPower Backkontaktzelle und die zwei WCS Module schon ziemlich von dran. Wobei ich auch, darf ich das sagen, das Backkontakt Modul für mich eigentlich nur wirklich meistens Sinn macht, wenn man zwei Stück in Reihe schaltet und dann natürlich mehr Volt erzielt. Weil hier sieht man natürlich dann im Wert schon, dass es auch ein bisschen verliert. Also da sieht man eindeutig, sieht man ja hier von den Gesamtleistungsmerkmalen und auch hier, 24.56, da ist ein bisschen die Nase vorn. Und das ist natürlich schon Nummer. Und Wattstunden pro Wattpeak sieht man auch hier. Wobei, also Leute, alles, ja, Details. Wichtig ist natürlich immer dann, wenn es diffuse Licht da ist, wenn natürlich dementsprechend andere Werte da sind. Wo dann die Stärken des Moduls einfach richtig ausgespielt werden können. Und darum machen wir ja 365 Tage Solartest, wo sich dann die Stärken schon entsprechend beweisen. Und ich habe ja gerade gesagt, ich merke es auch hier in meinem Fahrzeug, den großen Unterschied. Und das ist schon richtig phänomenal. Also ich bin begeistert. Wir bleiben oder halten euch auf dem Laufenden. Und direkt hier aus Schweden sieht es dann eben so aus. Aktuell zusammengerechnet 5,6, schieß mich tot Ampere, wo reinkommen, bei einem wirklich trist bewölkten Himmel. Es ist gerade ziemlich düster. Wir haben circa, Moment, 13 Uhr. Und es kommt gerade immer noch über 6 Ampere rein. Also das finde ich phänomenal. Obwohl der Himmel wirklich ziemlich betrübt ist. Ich nehme euch jetzt einfach mal kurz mit raus. Wir machen hier mal einen kleinen Schwenk. Schaut jetzt nicht so prickelnd aus. Geht auch nur in den Himmel hinauf. Ihr seht, einfach nur Wolken. Und trotzdem, ups, ziemlich eng hier. Und trotzdem, gehen wir wieder zurück, haben wir natürlich mit diesem Module hier einen gigantischen Ertrag. Das heißt jetzt gerade aktuell für mich, hier kommen noch 3 Ampere rein. Von den 6 übrig bleiben, wobei ich dazu sagen muss, mein Kompressor-Kühlschrank läuft jetzt gerade. Sowie aber auch meine Kompressor-Box in der Heckgarage. Und dementsprechend bleibt hier netto natürlich auch nur 3 Ampere übrig, die jetzt aktuell in die Batterie gehen. Auch da habt ihr gerade gesehen, ich habe noch 81% in meine Batterien. Ich habe zweimal 210 Superb von der Firma Superb, Super, Nomia. 210 Amperestunden, also sprich 200, 420 Amperestunden. Und es sind nur 81% drin. Ich war jetzt in den ganzen Tagen und in der Woche nicht ein einziges Mal am Strom gehängt. Und auch wir sind Fans von Kompressor-Kühlschrank. Ich habe meinen extra umgebaut, weil mein Absauber nicht mehr das gebracht hat, was er bringen sollte. Und somit, ihr seht, wie rappelvoll der ist. Dementsprechend kühlt er und läuft er natürlich auch. Aber das Gefrierfach, wir haben auch Eis dabei, ist immer kalt. Dann haben wir auch noch eine Kompressor-Box. Hier drin ist richtig kalt. Hier ist richtig heiß. Ich habe jetzt leider keine Temperatur dabei. Aber was ich damit sagen will, bei uns läuft alles auf Strom. Also wir haben hier Strom. Wir haben eine Kompressor-Box, die läuft auf Strom. Dann habe ich, blenden wir mal hier rüber. Hier haben wir unser Autarkes, also sprich unser Induktions-Kochfeld. Auch das hat Strom. Und das Einzige, was noch mit Gas ist, ist das Kochfeld. Alles andere ist gasfrei. Von dem hier lasst ihr euch nicht beirren. Der schmeckt nämlich richtig lecker. Ab und zu gönnt man sich halt doch ein Gläschen, wenn man im Urlaub ist. Ja, jetzt sitze ich hier vor einem wunderschönen Saunahäuschen. Was ja schwedisch oder in Schweden echt typisch ist. Und das ist echt genial. Weil die haben hier so einen richtigen Ausblick nach außen. Den blende ich euch gleich ein. Also richtig, richtig geil. Direkt am See. Und das ist phänomenal. Hier kann man es sich richtig gut gehen lassen. Hinter mir gleich das Saunahäuschen. Hier gleich der See, der Steg. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich möchte sagen, ganz lieben Dank für das, dass ihr Interesse gezeigt habt, unser Video angeschaut habt. Wenn euch irgendwas einfällt dazu, bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer fleißig beim Lesen dabei. Und wenn irgendwelche Anregungen sind, auch beziehungsweise Solartest oder sonstiges, ruhig reinschreiben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Wenn ihr die Abo-Glocke drückt, dann verpasst ihr aber nichts mehr. Und wenn ihr ganz verrückt seid, abonniert ihr mich noch. Dann geht euch gar nichts mehr durch die Lappen für dem, was ich so von mir gebe. Und ich glaube, da sind immer ganz interessante Dinge dabei, die auch für euch interessant sein könnten. Gerade wenn man mit dem Wohnmobil durch die Lande zieht, wie jetzt auch wir hier in Schweden komplett autark unterwegs sind. Echt genial und wie das Ganze funktioniert, mache ich nächste Woche noch ein kleines Update aus Schweden. Wir sind ja unterwegs mit der C1. Wir sind unterwegs autark mit etlichen Features und da möchte ich euch noch ein kleines Update auch dann da lassen. Also bis dorthin, bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Michael. Macht es gut. Bis dahin, euer Michael. Bis dahin, euer Michael. Icharte mal, woher paths nicht mehr hören. Icherte mal, damit ich mal dieses Kindesfall. Bis dahin. Es zu Elite marine tho 루� vad du kann. Bis dahin.